Ich rufe Tagesordnungspunkt 37 auf. Dritte Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung für ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes über Betreuungs- und Pflegeleistungen – Drucks. 19-4316 zu Drucks. 19-4147 zu Drucks. 19-3743 – Berichterstatter ist der Kollege Tipi. Er hat das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der Sozial- und Integrationspolitische Ausschuss empfiehlt dem Plenum, mit den Stimmen von CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN gegen die Stimmen der SPD, der LINKEN und der FDP, den Gesetzentwurf in dritter Lesung unverändert anzunehmen. Danke schön. Vielen Dank. – Ich eröffne die Aussprache. Das Wort hat der Abg. Dr. Bartelt für die Fraktion der CDU. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Das Gesetz zur Änderung des Hessischen Gesetzes zur Betreuungs- und Pflegeleistung stärkt die Rechte und die Würde der Pflege der pflegebedürftigen Menschen in Hessen. Er stärkt darüber hinaus die Qualität der Pflege im ambulanten und im stationären Bereich. Er stärkt weiterhin die Rechtssicherheit der Pflegekräfte. In der Anhörung wurde das Gesetz in seinen Grundzügen befürwortet, insbesondere von der kommunalen Familie, was uns sehr wichtig ist, und von den an der Pflege Beteiligten. Einzig und allein die Stellung der ambulant betreuenden Wohngemeinschaften wurde vertieft diskutiert, sodass ich hierzu auch einige kurze Ausführungen machen möchte. Drei Feststellungen. Der freie Zusammenschluss pflegebedürftiger Menschen in Wohngemeinschaften wird von uns begrüßt und auch durch das Gesetz gefördert. Bei trägerorganisierten, ambulant betreuten Wohngemeinschaften sind Ausnahmen in Einzelfällen möglich, etwa im Bereich der Bauvorschriften oder im Bereich der Versorgung, etwa nächtliche Notfalleinrichtungen. Was wir aber nicht wollen, ist eine Standardisierung zweiter Klasse für ambulant betreute Wohngemeinschaften. Insbesondere würde das die Menschen betreffen, die in diesen ambulant betreuten Wohngemeinschaften über mehrere Jahre einen erhöhten Pflegebedarf entwickeln und im Laufe des Aufenthalts in den Wohngemeinschaften einen erhöhten Pflegebedarf benötigen. Das Schutzniveau darf nicht durch die Hintertür abgestuft werden. Deshalb sind wir der Meinung, dass wir dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Form zustimmen sollten. Wir sehen hier eine deutliche Verbesserung und Weiterentwicklung der Menschen, die der Pflege bedürfen. Besten Dank. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Werte Kolleginnen und Kollegen, ein bisschen mehr Ruhe. Nur ein bisschen. Wer will denn jetzt? Das will keiner mehr. Wir können es auch beenden. Das Wort hat Kollege Rock für die Fraktion der FDP. Bitte schön. Ich kann es gut kurz machen. An dieser Stelle ist die dritte Lesung. Die Ausschussberatung hat keinerlei neue Sachverhalte ergeben. Sie hat keine neuen Diskussionen ergeben und keine neuen Sachverhalte aus den Diskussionen. Darum wird sich das Abstimmungsverhalten, das sich für die zweite Lesung angekündigt hatte, nicht verändern. Wir werden den Gesetzentwurf ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Rock. Das Wort hat Frau Dr. Sommer. Bitte schön. Herr Präsident, meine werten Kolleginnen und Kollegen! Es war abzusehen, Sie haben unserem Änderungsantrag nicht zugestimmt. Das ist schade. Sie gehen unseren Weg nicht mit, bei dem Angehörigen, Betreuerinnen und Betreuerbeirat, bei den gesetzlichen Personalstandards, die Qualität sichern, Patientensterblichkeit verringern und Personalüberforderungen verhindern würden, und auch nicht bei den trägerorganisierten ambulanten Wohnformen. Auf die Frage im Ausschuss, warum jetzt schon die Möglichkeit vorhanden ist, Ausnahmen zu genehmigen und Sie andererseits in Ihrer Argumentationskette auf Qualität fokussieren, macht Ihre Aussage nicht schlüssig. Sie wollen doch damit nicht sagen, dass es Einrichtungen gibt, die nicht unseren qualitativen Standards entsprechen. Die Qualität zu sichern, meine Damen und Herren, ist natürlich oberstes Gebot. In diesem Zusammenhang möchte ich deutlich machen, dass ein multiprofessionelles Versorgungsspektrum, und das nicht nur in WGs, sondern allgemein in der gesundheitlichen Versorgung, immer wichtiger wird. Auch der MDS übrigens fordert für neue Wohnformen die Novellierung und praxisnahe Prüfung von Qualitätsstandards, vor der Sie sich, meine Damen und Herren, verschließen. Herr Krüttner, Sie haben vorgestern gesagt, dass im Laufe eines Aufenthaltes in einer solchen Wohnform der gesundheitliche Zustand schlechter werden kann. Klar, je älter man wird, desto höher ist die Gefahr, dass die Pflegebedürftigkeit steigt. Dafür haben wir ja auch Pflegestufen, bald die Pflegegrade, die die Leistungserbringung abbilden, und die werden natürlich auch durch die Qualitätsstandards gesichert. Wir sind uns sicherlich einig, dass der Grad der Abhängigkeit ausschlaggebend für das Schutzbedürfnis der Menschen ist. Sicherlich gibt es auch Grenzen. Nicht mit jeder Erkrankung ist das Leben in einer Wohngruppe die beste Wohnform. Unbestritten aber ist durch die ersten wissenschaftlichen Studien, beispielsweise von Plom, Görres, Wolf Ostermann, dass kleinräumige Strukturen die Lebensqualität gerade erhöhen, meine Damen und Herren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch noch einmal erwähnen, dass Sie es schließlich sind, die sich vor einem Qualitätssiegel betreutes Wohnen verschließen. Da hätte man das mit einbringen können. Die Frau Alex und ich haben in der Drucksache 3375 aus 2019 darauf fokussiert. In NRW ist das gelebte Praxis. Da sieht man die Qualitätssicherung ganz deutlich und ganz transparent. Lieber Herr Grüttner, Sie haben vorgestern auch angeführt, dass Berlin und Hamburg gleiche Regelungen bezüglich der WGs haben. Ich habe mir das noch einmal angeschaut. Ich habe mir auch die Zahlen der diesbezüglich in Auftrag gegebenen Studie an der Hochschule in Berlin angeschaut. Dort können Sie auf Seite 195 nachlesen, dass der Schwerpunkt in der Versorgung tatsächlich in Berlin ist. Das ist korrekt. Danach kommt NRW, Bayern, Brandenburg und Schlusslichter sind dann die Bundesländer Bremen und Hessen. Warum das in den anderen Bundesländern ist und dort mehr zu finden ist? Weil man dort eine Anschubfinanzierung und eine Investitionskostenförderung ermöglicht. Vielleicht wäre das ja auch etwas in Hessen. Frau Klaff-Isselmann ist gerade leider nicht da. Sie nannte das Gesetz in der zweiten Lesung alternativlos. Wie gerade aufgezeigt, ist es alles andere als alternativlos, meine Damen und Herren. Insgesamt wird das Gesetz den heutigen Anforderungen nicht gerecht. Hier wäre eine komplette Novelle des Gesetzes bzw. ein komplett neues Gesetz erforderlich. Deswegen dürfen Sie sich im nächsten Jahr darauf freuen, dass wir einen Gesetzentwurf einbringen, um nicht nur zu modifizieren, sondern grundlegende Änderungen anzugehen. Denn wir streben ein Gesetz an, das sich an den neuesten pflegewissenschaftlichen Erkenntnissen, an den Versorgungsrealitäten und hier meine ich besonders auch die von uns angemahnte und auch in den Stellungnahmen eingeforderte Differenzierung von Angeboten und schließlich aber auch an einer menschenwürdigen Pflege. Das beinhaltet sowohl das Wohl des Patienten als auch die Arbeitsbedingungen und Ressourcen von und für Pflegekräfte orientiert. Meine Damen und Herren, denn das dient der Versorgung, dem Schutz des Patienten, dem Schutz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege vor Überforderung und schließlich dient es der Qualitätssicherung. Herzlichen Dank. Das Wort hat Herr Abg. Bocklet für die Fraktion BÜNDNIS 90 Die GRÜNEN. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir haben dieses Thema nun schon zum dritten Mal aufgerufen. Die Argumente sind auch in aller Tiefe schon ausgetauscht worden. Wir glauben, dass das eine Gutfortschreibung des Gesetzes ist. Er hat in einigen Punkten deutliche Verbesserungen. Nur eine sei noch einmal wiederholt. Die Gewaltprävention wird verbessert in Einrichtungen. Auch andere Dinge, die ich schon in meiner Rede vor zwei Tagen gehalten habe, haben sich nicht zum Schlechteren gewandt. Auch diese sind verbessert worden. Die Frage, ob Träger organisierte ambulante Wohnformen möglich sind, bejahen wir. Die sind möglich. Aber wogegen wir uns wenden, ist die Frage, ob wir Qualitätsstandards absenken wollen, so wie das die Träger fordern. Ich sage noch einmal, ich habe Verständnis für die Träger, dass sie sagen, aus betriebswirtschaftlichen Gründen würden sie das gerne tun. Aber aus unserer Sicht muss das Interesse der Patienten im Vordergrund stehen. Das heißt, wenn dort jemand untergebracht ist, muss er dieselben Möglichkeiten haben der Pflege und des Schutzes wie in einer größeren Einrichtung auch. Deswegen ist es aus meiner Sicht nicht verantwortbar, nur aufgrund der Anzahl der dort Wohnenden zu begründen, warum dort schlechtere Qualitätsstandards gelten sollten. Ausnahmen sind trotzdem wie immer möglich. Sie müssten nur begründet werden. Es ist entscheidend, wie viele Menschen dort wohnen, sondern mit welchem Pflegegrad sie dort sind, wie stark schutzbedürftig sie sind. Danach muss ich ein Konzept richten. Das alles ist aber heute schon möglich. So komme ich zu dem Schluss, dass es eine gute Fortschreibung ist. Wir sind gespannt auf die Vorschläge der SPD im nächsten Jahr, Frau Dr. Sommer. Wir freuen uns immer über ein Wettbewerb der Ideen, wenn da noch einiges Neues vorgelegt wird. Ich glaube, dass dieser Gesetzentwurf, so wie er vorgelegt ist, sehr zustimmungsfähig ist und auch auf die große Mehrheit derjenigen, die angehört wurden, trifft. Ich freue mich, dass es heute in Kraft tritt. – Danke schön. Das Wort hat Herr Minister Grüttner. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Man kann über einzelne Regelungen durchaus unterschiedlicher Auffassung sein und kann sagen, dass man das in die eine oder in die andere Richtung machen will. Eines lasse ich nicht durchgehen, um das sehr deutlich zu sagen. Wenn Frau Kollegin Dr. Sommer sich hierhin stellt und sagt, die SPD wird eine Regelung vorlegen, die am Menschenwohl orientiert ist, ist das implizit eine Unterstellung, dass die jetzige Regelung am Menschenwohl nicht impliziert ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das lasse ich Ihnen nicht durchgehen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ausdrücklich nicht durchgehen. Denn da müssten Sie an dieser Stelle schon erklären, wo das Menschenwohl oder das Wohl von Pflegebedürftigen beeinträchtigt ist durch einen Gesetzentwurf, den die Landesregierung vorgelegt hat. Das hat noch nicht einmal ein einziger Anzuhörender gesagt. Ganz erstaunlich ist es an diesem Punkt, dass Sie auf die Sache, auf die ich Sie am Dienstag hingewiesen habe, überhaupt nicht eingegangen sind. Sie haben einen Änderungsantrag vorgelegt, der absolut obsolet ist. Der Änderungsantrag im Hinblick auf trägeorientierte Wohnformen, den Sie vorgelegt haben, findet sich in § 2 Abs. 3 Abs. 9 Abs. 4 dieses vorgelegten Gesetzentwurfes wieder. Es geht nicht um die Frage von freiwillbaren oder anderen Sachen. Sie haben schlicht und einfach an dem Thema vorbeigehandelt. Wenn Sie das jetzt an dieser Stelle so darstellen, das an dem Menschenwohlorientierten Gesetzentwurf nicht vorliegen wird, sage ich Ihnen, das weise ich Ihnen mit aller Entschiedenheit zurück. Das lasse ich Ihnen an dieser Stelle nicht durchgehen. Uns geht es darum, Qualitäten in Pflegeeinrichtungen entsprechend vorzunehmen. Darum geht es. Es geht darum, auch den Menschen, die in Wohngruppen versorgt werden, ein höchstmögliches Maß an Schutz angedeihen zu müssen. Sie wollen dieses unterlaufen. Ich freue mich auf eine Diskussion eines SPD-Gesetzentwurfs, der zum Inhalt hat, dass die Schutzbedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen nicht beachtet werden. Auf diese Diskussion freue ich mich. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, wir haben keine weiteren Wortmeldungen mehr vorliegen. Wir kommen damit zur Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf in dritter Lesung und der vorliegenden Fassung zustimmen kann, den bitte ich das Handzeichen. Danke. Wer ist dagegen? Herr Minister, ich habe Sie gebeten, keine Diskussion zu führen. Herr Minister, ich habe Sie gebeten, keine Diskussion zu führen. Einverstanden? Danke. Ich wiederhole die Abstimmung. Wer dem Gesetzentwurf in der vorliegenden Fassung zustimmen kann, den bitte ich das Handzeichen. Das sind die Fraktionen von CDU und GRÜNEN. Wer ist dagegen? Das sind die FDP, die SPD und DIE LINKE. Wer enthält sich der Stimme? Dann stelle ich fest, dass das Gesetz mit den Stimmen von CDU und GRÜNEN gegen die Stimmen der anderen Fraktion des Hauses beschlossen worden ist und wird damit zum Gesetz erhoben. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 11 und teile mit, dass vereinbart worden ist, dass er im nächsten Plenum aufgerufen wird. Ich rufe dann auf den Tagesordnungspunkt 11. Ich darf bitten, dass die außenstehenden Ränge nicht mehr weiter übersetzt werden und nicht mehr darüber gesprochen werden. Dann mache ich weiter. Bitte alle dort weg jetzt. Ende. Irgendwann mache ich das auf der Seite auch. Nur keine Angst. Ich habe gebeten, dass die Plätze dort hinten nicht mehr übersetzt werden. Ich meine auch die Mitarbeiter. Sie sind nicht nur Luft. Herr Kleider, bitte. Ich rufe auf den Punkt 12 und 39. Ich teile mit, dass vereinbart worden ist, dass die im nächsten Plenum aufgerufen werden. Ich rufe auf den Punkt 12 und 40. Vielen Dank. Vielen Dank.